So meine Lieben, ich habe mich mal wieder auf Außenreportage begeben, ja, und habe mir ein paar Tickets besorgt für Onkel Kolja von der Bröger, ja, Live-Konzert, Open Air im Sommer, und habe hier natürlich die VIP Lounge gemietet, ja. Ja, Onkel Kolja hat gefordert, seine Konzerte bitte nur mit Mundschutz besuchen, weil es gibt immer noch genug Schweinegrippe-Fälle, ja. Er spielt jetzt hier schon auf, hat jetzt im Augenblick mal kurz Pause und muss die Bogen wieder spannen, ja, Onkel Kolja kommt ja aus den Weiten der Ukraine, damals als Tschernobyl hochging, hat ja seine Familie verloren und seitdem auch seine Talente entdeckt. Geige zu spielen und seinen Schmerz auszudrücken über all das, was so vorging. Wir schauen noch einen Augenblick, ich sage jetzt schon mal Tschüss Sommeranfang und hallo Schweinegrippe, ja, lauschen noch einen Augenblick, Onkel Kolja, ich melde mich wieder. Ist es nicht schön. Aber ich glaub, ich Adv boiling, è dir vive, France zaheinbar. Vielen Dank.